Musik Hier ist der Marktplatz Neumarkt. Herzlich willkommen! Früher war es das Haus der Selbsthilfegruppen und dann wurde im Neumarkter Stadtteil Pölling irgendwann der Wunsch laut, man möge doch das Gebäude gegenüber der Kirche sanieren und eine Art Bürgerhaus daraus machen. Die Stadt nimmt nun auch einige Millionen in die Hand und vor wenigen Tagen zeigte sie, wie weit das Projekt fortgeschritten ist. Kennen Sie Voldemort? Das ist der Böse aus den Harry Potter Romanen, dessen Name nicht genannt werden darf. Und das ist das Haus des Engagements, dessen Name zwar genannt wird, aber noch nicht feststeht. In den letzten Monaten hat man hier im Neumarkter Stadtteil Pölling ordentlich gezaubert. Die Stadt Neumarkt sanierte die alte Schule zu einem modernen Bürgerhaus. Ein Anbau mit einem Saal für viele Zwecke wurde geschaffen, der Vorplatz ansprechend gestaltet. Dass alle Räume hier nach Neumarkter Stadtteilen benannt sind, soll zeigen, das Haus, dessen Namen genannt wird, aber noch nicht feststeht, steht zwar in Pölling, soll aber ganz Neumarkt dienen. Gerade im alten Schulhaus waren früher auch federführend die Selbsthilfegruppen aus dem gesamten Landkreis. Und die sind ja auch weiterhin dann die Nutzer, die freuen sich auch schon auf die neuen tollen Räumlichkeiten. Im Rahmen der Planungen ist übrigens zu den damaligen Räumen sogar noch ein schöner Raum dazugekommen, nämlich direkt unter dem Dach mit dem alten Dachstuhl ein schöner Raum. Es haben sich schon einige Gruppen angemeldet, ob das jetzt eine Mutter-Kind-Gruppe ist, die das auch nutzen wollen. Vergangene Woche lud die Stadt zu einer Baustellenbegehung des 8,2 Millionen Euro-Projektes. Obwohl die alte Schule fast schon fertig saniert ist, gab es vor kurzem nochmal Budenzauber. Die SPD fragte, ob man nicht doch noch die Magie der Sonne nutzen und eine Photovoltaikanlage auf das Dach hexen könne. Ein Plan, dem die Stadtspitze jedoch eine Absage erteilte. Es ging mir nicht mal darum, ob diese PV-Anlage dementsprechend finanziell sich rentiert, sondern die Aussage der Regierung der Oberpfalz als die Förderbehörde, die ja immerhin 5 Millionen Euro dazugeben wird. Und die Aussage war, wenn wir das jetzt alles noch ändern würden, nachträglich, obwohl der Bau ja schon diesbezüglich fertig ist, könnte es Fördermittel in nicht unerheblichem Umfang kosten. Und dieses Risiko wollte ich nicht eingehen. Der Stadtrat hat es dann auch so gesehen. Und so mancher sah das Haus, dessen Name schon genannt wird, aber noch nicht feststeht, wohl auch eher als Harry Potters Raum der Wünsche. Im Stadtteil Pölling wünschte man sich nämlich einen anderen Namen als Haus des Engagements. Man begab sich auf die Suche mit einer Postkartenaktion und bald soll das Thema noch mal im Magischen Rat behandelt werden, der eigentlich schon für den Namen Haus des Engagements votiert hatte. Unterm Strich, es ist ja jetzt ein Antrag der CSU gekommen, der ist auch so beschlossen worden. Ich warte immer noch auf die Umsetzung, wie sich die beantragende Fraktion das vorstellt. Ich habe bloß mit einem Fraktionsvorsitzenden ausgemacht, dass er auch meine Meinung vertritt. Wenn, dann müssen wir die gesamte Stadt, alle Bürgerinnen und Bürger mit beteiligen. In welcher Form, weiß ich noch nicht. Ja, so ist das im verwunschenen Neumarkt. Da stehen wie von Zauberhand Themen wieder auf, die eigentlich schon längst abgehakt schienen. Vermutlich kommt Voldemort demnächst auch zurück. Denn wie soll man sonst weitere Romane füllen? Oder wir unsere wöchentlichen Sendungen aus dem Hogwarts der Oberpfalz. Und gleich nach einer kurzen Pause haben wir unter anderem diese Themen für Sie. Wenn Neumarkt TV total am Riesenrad dreht. Der Volksfestmonat August ist bei uns normalerweise die fünfte Jahreszeit der irren Ideen. Außerdem hat Jörg Heiler wieder Küchentipps für uns. Das und mehr gleich. Bleiben Sie dran. Wir suchen nicht einfach einen Käufer für Ihr Objekt. Wir ermitteln ihn. Mit jahrelanger Erfahrung, moderner Technik und professioneller Präsentation. Lampenschlager Neumarkt. Ihre Immobilie ist unser Fall. Besuchen Sie die größte Miele-Ausstellung der Region im Miele-Center Ochsenkühn. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Küchen- und Elektrogeräte für Haushalt und Gewerbe. Unser zertifizierter Kundendienst bringt nicht nur Ihren Kaffeeautomaten wieder zum Laufen. Seit über 40 Jahren in Neumarkt. Miele-Center Ochsenkühn. Regional und handwerklich ist das neue Bio. In unserer Metzgerei im Herzen von Neumarkt finden Sie über 100 hausgemachte Spezialitäten. Zartes Fleisch von Tieren aus der Region. Bei Feiern verwöhnt Sie unser Partyservice. Bögerl, weil ich besser essen will. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt. Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstatt-Service. Kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller in Goldstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen. Kaufen. Glücklich sein. Andere reden nur von Digitalisierung. Wir reden mit Ihnen. Schmäh-IT ist Ihr Full-Service-Dienstleister in den Bereichen digitale Zeiterfassung, Sicherheit von sensiblen Daten und effiziente Infrastrukturen. Wir vernetzen nicht nur Computer. Wir verbinden Bereiche und Menschen Ihres Unternehmens. Schmäh-IT. Neumarkt und Traunfeld. Bereit für den nächsten Schritt. Willkommen zurück. Wenn sich manche Neumarkter momentan unausgefühlt fühlen, könnte das daran liegen, dass normalerweise um diese Zeit das Jura-Volksfest stattfindet. Und so manche Jurastädter stattet diesem Fest ja nicht nur einen Besuch ab. Übrigens, wenn das Volksfest nicht gerade wegen einer Pandemie abgesagt wird, sind auch wir von Neumarkt-TV regelmäßig vor Ort. Allerdings starten wir unsere verrückten Aktionen nicht erst nach der zweiten Mars-Fest-Bier. Jura-Volksfest. Das ist die Zeit, in der der Neumarkter normalerweise gesellig ist, fünf ungerade sein lässt und auch mal aus sich raus geht. Und auch das Team von Neumarkt-TV kannte da schon oft keine Hemmungen. Regie, Musik. Nicht schlecht. Ich hoffe, dass bei Uli gleich heißt O-Zogen ist. Und auf dem Volksfest heißt er vor allen Dingen O-Zapft-Es. Und im Lauf der letzten, man kann schon sagen Jahrzehnte, haben wir immer wieder unser Fass mit verrückten Ideen angezapft, um unsere Sondersendungen vom Volksfest mit amüsanten Aktionen zu bereichern. Man denke hier nur mal an das Neumarkt-TV-Bierkrug-Schubsen, das wir mit Festbesuchern spielten. So, wichtig, Thorsten, dein erster Versuch. Bitteschön. Die Krüge mussten möglichst nah an die Kante, aber nicht drüber. Das war schon mal gar nichts. Aber jetzt gilt's. Jetzt entscheidet sich, wer hier das Neumarkt-TV-Bierkrug-Schubsen gewinnen wird. Wie war es so ein Gefühl? Sehr gut. Weniger Geschick als viel mehr Kraft war bei der Aktion Strampeln für den Spaß gefragt. Mit Hilfe eines Spezialfahrrades sollten die Volksfestbesucher Strom für den Betrieb des Riesenrads erzeugen. Wie weit hat sich denn das Riesenrad jetzt gedreht? Also nach circa einer Minute, Mittelwert von 200 Watt, gehen wir von 1,5 Grad aus. Schauen Sie mal da vor und dann sehen Sie, wie viel sich das Riesenrad gedreht hat. Okay, nicht viel. Die verrückten Volksfest-Aktionen von Neumarkt-TV begannen oft schon vor dem Anstich. Zum Beispiel, als wir den Schaustellern beim Putzen des Glaslabyrinths halfen. Da bekam das Wort Television eine ganz neue Bedeutung. Also Uli, hier links oben in der Ecke sind noch ganz schöne Schlieren, da muss man schon nochmal drüber gehen. Ach, mach's doch selber. Und auch Kollegin Verena griff schließlich zum Schrubber. Sie hat sich so richtig ins Zeug gelegt und Uli spritzte nur schnell ab. Oh, okay, das war doppeldeutig. Einmal zeigten wir uns auch ziemlich abgehoben und brachten eine ahnungslose Volksfestbesucherin ganz spontan in die Lüfte. Mit einer Maschine der Neumarkter Flugsportvereinigung durfte sie am benachbarten Rollfeld starten und die Jura-Hallen von oben betrachten. Es gäbe noch so viel zu erzählen über die verrückten Volksfest-Aktionen von Neumarkt-TV. Zum Beispiel über das eine Mal, wo Uli in den Jura-Hallen die Stimmung drücken wollte. Ich bin so nah am Herzenfahrt. Ich bin der Anton aus Neumarkt. Und auch sonst, das müsst ihr wissen, geht's mir überaus beschissen, bin der Anton aus Neumarkt. Und jetzt, da die Stimmung am Boden ist, heb die Gläser. Ein Prosit, ein Prosit der Verdrießlichkeit. Oder über die verlorene Wette, die zu einem Bad in der Wildwasserbahn führte. Clemens, du hast die Aufgabe nicht bestanden. Und jetzt? Jetzt gibt's Ärger. Und ganz ehrlich, wir haben noch jede Menge Ideen im Petto. Zum Glück kommt das nächste Jura-Volksfest bestimmt. Unsere aufwendigste Volksfest-Aktion hatten wir übrigens im Jahr 2020. Also in dem Jahr, als die Traditionsveranstaltung das erste Mal wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Unser TV-Special, Liebling, ich habe das Volksfest geschrumpft, wurde vor wenigen Wochen mit dem Bayerischen Lokalfernsehpreis ausgezeichnet. Und aus diesem Anlass zeigen wir die Sondersendung am Freitag in Endlich-Wochenende noch einmal. Jetzt aber ab in die Küche zu Jörg Heiler. Wir wissen, was gut schmeckt. Vom Fass in Neumarkt präsentiert Top Secret. Heute machen wir mal einen schlotzigen Kartoffelsalat, weil das war der Wunsch von einer Dame hier. Wir machen hier Schalotten oder Zwiebeln rein. Und zwar dünsten wir die jetzt an ohne Öl. Da brauchen wir nur eine kleine Prise Zucker und eine kleine Prise Salz. Jetzt gebe ich den Senf dazu. Den lasse ich auch so ein bisschen mitrösten. Kurz. Dann löschen wir das Ganze mit Weißweinessig ab. Und geben jetzt quasi die Brühe drauf. Das lassen wir jetzt einmal richtig aufkochen. In der Zwischenzeit schneiden wir unsere Kartoffeln. Wichtig sind festkochende Kartoffeln. Das sind als Pellkartoffeln gekocht. In Salzwasser. Kartoffeln sind auch lauwarm. Nehmen dann einfach diesen heißen Sud besser auf. Wir geben jetzt da gleich noch Pfeffer rein auch. Wichtig ist auch immer, weil eine Kartoffel gut den Geschmack aussaugt, dass der Sud oder dieses Dressing sehr, sehr würzig ist. Weil die Kartoffel braucht es. Dann haben wir hier unseren Sud. Den geben wir jetzt mal so ein bisschen drüber. Und lassen das dann einfach erst einmal so 10 Minuten ziehen. So, da sind wir wieder beim Kartoffelsalat. Macht man erst zum Schluss das Öl ran. Weil wenn du vorher Öl ran machst, was viele falsch machen, umschließt das Öl die Kartoffel und dann kann kein Geschmack mehr eindringen. Also machen wir jetzt Öl dazu. Dann Schnittlauch. Dass man es dann eben besser sieht. Machen wir es dann eben auch mal auf den Teller hier. Mache ich immer so drauf. Und ihr habt da jetzt einen richtig schönen cremigen Kartoffelsalat. Wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Und das war's mit dem Marktplatz Neumarkt für heute. Dieses Mal waren wir für die Aufzeichnungen unserer Moderationen im schönen Bärchen. Und am Freitag, endlich Wochenende, sind wir dann wie gewohnt für Sie da. Zum Schluss gibt es jetzt noch die Wetteraussichten. Wir sehen uns. Bis bald. Wir für unsere Zukunft. Die Stadtwerke Neumarkt präsentieren das Wetter. Hochsommerlich warme Luft von bis zu 30 Grad weht vom Mittelmeer nach Mitteleuropa. Im Süden des Kontinents bleibt es bei extremer Hitze, massiver Trockenheit und hoher Waldbrandgefahr weiter angespannt. In der kommenden Nacht funkeln bei einigen Wolken verbreitet die Sterne. Die Tiefstwerte sinken auf 15 bis 13 Grad. Am Donnerstagvormittag gibt es häufig Sonnenschein, ab und zu aber auch Wolken. Und die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 23 Grad. Am Nachmittag betragen die Temperaturen maximal 28 Grad. Dazu wird der Sonnenschein ab und zu von Wolken zu grösseren Pausen gezwungen. Am Freitag liegen wolkige und sonnige Abschnitte beieinander. Es sind 29 bis 32 Grad zu erwarten. Am Samstag gibt es zeitweise Sonnenschein, ab und zu aber auch Wolken. Und es werden Höchstwerte von bis zu 29 Grad erzielt. Am Sonntag klettern die Temperaturen auf 31 bis 34 Grad. Dazu ist der Sonnenschein nur gebietsweise durch Wolken getrübt. Für gutes Klima. Heute, morgen, übermorgen. Handeln Sie grün mit den Stadtwerken Neumarkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017